. . Okay, da hätte ich mit ganz viel Unterstützung keine Medaille gewonnen. Ich mit dem auch nicht. Aber dass es wir an unseren Sportarten geschafft haben, haben wir auch der Sporthilfe zu bedenken. Danke an euch allen, die die Sporthilfe unterstützen. Mit Euro-Spend helfen wir am nächsten Nino Schwurter. Und der nächsten Julia Steingrüber.